Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wills Woche im Jahr 2020. Mit einem Kaiserwetter gönnen wir uns den Start in diese Ausgabe von Wills Woche. Heute am 15. Januar 2020 strahlt uns die Sonne entgegen, strahlt uns auch das neue Jahrzehnt entgegen, die 29er, rückblickend auf die alten 20er, das war Kultur, das war Leben, das war Schönheit, das war Genuss. Wir heute im 2020 und in den nächsten Jahren hoffen, dass wir diesen Genuss auch weiterleben können. Sie wissen, die Neider sind immer unterwegs und natürlich gibt es auch dann, wenn es uns gut geht, Probleme. Ob es uns gut geht, werden sich das hier entscheiden. Wir sind dabei für Sie, für uns und für die ganze Branche. Schauen Sie rein, in diese Ausgabe, in der ersten Ausgabe von Smogers Plannen, haben wir wirklich ein paar schöne Themen, also beeindruckend für den Jahreseinfang 2020, zusammengestellt. Zuerst haben wir mal Kurt Eckemann wieder gefragt, wie er denn die letzten zehn Jahre im Pfeifenrauer-Segment sieht und er hat uns geantwortet. Also, schauen Sie rein, die Ausgabe Wills Woche 3, 2020. Ja, das Jahr ist noch jung, aber die Informationen sind schon da. Die Fonds John Ellsbury hat uns gleich am 2. Januar mit neuen Informationen bestückt. Da gehört dazu die Montellaner, eine Zigarre, die es schon auf dem Markt gibt, die aber jetzt ergänzt wird durch eine Half-Corona. Gleichermaßen gibt es einen neuen Tabak. John Ellsbury Edition 2020, den wir Ihnen auch ausführlich in Smogers Plannen vorstellen. Der Rum, der ist noch nicht da. Also, der ist bald schon Ellsbury, aber noch nicht auf Smogers Plannen. Der kommt in der nächsten Woche, seien Sie gespannt darauf und ja, schauen Sie dann rein. Für die erste Ausgabe des Jahres 2020 von Smogers Plannen haben wir beim echten Insider nachgefragt, bei Kurt Eckemann. Der Präsident des Verbandes der Deutschen Pfeifenrauer hat uns die Geschichte der Pfeifenrauer zwischen zwei Jahrzehnten erklärt. Und der Intro auf ewig. Saint-Dupont und Fuente Zigarren treffen sich mitten im Leben. Die dominikanische Genussikone trifft Pariser Eleganz. Und der Rauchbar, wie bereits bei uns jetzt vorgestellt im Intro, John Ellsbury bringt Montellaner ganz neu, ganz groß und auch ganz lang. Die Gigante, die wir jetzt nicht im Vorspann gezeigt haben, ist ein Hauptbestandteil dieser Familie. Und wir präsentierten die Half-Corona. Alles Gold, was glänzt. Braunes Gold in Gold und Silber. Ein Beitrag von Mark Benden. Das Zicka-Journal. Die Top-Zigarren des Jahres 2019 sind gekrönt. Eine Übersicht der Top Ten auf Smogers Plannen. London, so geht Erfolg im E-Zigaretten-Bereich. 100.000 Kunden Meilenstein in Deutschland erreicht. Wirklich eine Erfolgsstory. Und das passt auch. Die Winston Megabox und Giantbox. Clever gespart. Beide Verpackung, aber nicht beim Inhalt. Unter Mitmachen und Gewinnen. Smogers Plannen.de lädt mit Schwarze und Schlichte nach Texas ein. Rosiger Gewinnspiel Start 2020. Drei starke Texas-Whiskys im Gewinnspieltopf. Mit der Ankunft von Jello Rose hält ein Stück Texas Einzug im deutschen Whisky-Markt. Ja, dann noch ein wunderschöner Tipp für ein Event. Also unter dem Begriff schon entdeckt bei uns. Und zwar das 22. Festival del Habano lädt nach Kuba ein. Das Festival findet vom 24. bis 28. Februar statt. Havanna, die Hauptstadt Kubas, bereitet sich auf die 22. Ausgabe des Festivals vor. Und dann kommt der Sommer im Winter. Kirch Whisky platziert einen neuen Samaray. Douglas Lane bringt den Big Pete 27. Zehnjährige Vintage-Triologie. Der Trink für alle Jahreszeichen Macarita. Der Spaßbringer aus Mexiko. Und der Monomenschen, der Chin, der mit dem Grauburg unterliert ist. Wehrmoth, ja, das ist wohl das Getränk des Jahres 2020. 2019 schon leicht angekratzt am Erfolgsmarkt. Sieben Fakte über den Wehrmoth hier bei uns. Andersrum macht das noch Sinn mit so viel Chin. Weltweit über 5.400 unterschiedliche Chins entdeckt. Naja, armer Endverbraucher. Und der Top of the Week. Arnold André startet mit Swedish March. Marken ins neue Jahrzehnt. Eine Deutschland-Kooperation ab dem April 2020. Neue Genuss-Highlights und Tabak-Alternativen auf dem Weg nach Deutschland. Der Hingucker der Woche. Den haben wir schon mal im Vorspann. John Ellsbury mit dem Highlight für Pfeifenraucher zum Jahresanfang 2020. Die Edition 2020. Ein perfekter Start in die neuen Zwanziger. Unter besuchbar. GB Zigarren startet mit Belmorel ins neue Jahr. Ein schöner Genießerabend für den 23. Januar in Essen kündigt sich an. Weiter geht es mit einem Connoisseurs-Event. Und dies gibt es schon seit 24 Jahren. Das Gourmet- und Weinfestival in Eltville im Rheingau. 40 Starkreiche und 220 Winzer aus aller Welt treffen sich vom 20. Februar bis zum 8. März im Rheingau. Daniel Marschall. Ja, der startet erneut beim Harnkamp-Rennen. Allerdings nur in der Lounge. Fünftes Daniel Marschall-Zicker-Lounge-Event in Kitzbühel im Country Club. Ein absolutes Highlight. Die Final Spirit 2020 verzeichnet auch Aussteller-Rekorde. Späti-Ost-Festival lädt vom 7. bis zum 9. Februar nach München ein. Unter Trink-Saint-Moor. Etter ist better. Und passend zur Zigarre. 150 Jahre Etter. Das Familienunternehmen feiert Jubiläum mit einem Jubiläumskirche. Das Importer Segnitz in Deutschland explodiert diese limitierte Rarität aus Zug in der Schweiz. In unserem Mediasender Smogers News TV mit Bosna Zigarren vor Ort. Event, Event, Events. Events around the world mit Bosna Zigarren. Stilvolle Präsentationen mit stilvollen Zigarren im stilvollen Umfeld für stilvolle Menschen. Veranstaltungen. Eine ganze Menge wieder unter Art of Smoke. Weiter geht es natürlich auch bei uns mit dem Partner der Weblog. Stefan Mayer Tabakwaren in Freiburg. Ein langwieriger Partner unseres Hauses. Und dann geht es zu rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Um weitere Informationen von gestern, heute und vielleicht auch von morgen zu finden. Das waren die Informationen zur aktuellen Ausgabe. Und zwar zur Ausgabe 3. Wir starten ja immer in der dritten Kalenderwoche erst in einem Jahr. Ausgabe 3 in 2020. 2018 haben wir diesen Spaß begonnen. Und der Spaß scheint Ihnen auch Freude zu machen. 2020, jetzt die erste Ausgabe. Und wenn man dann das Jahr startet, denkt man natürlich an viele Dinge, die man gemacht hat. Und man hofft auf neue Dinge. Wir hoffen auf eine tolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Branche. Mit denen, die neu dazukommen. Und mit denen, mit denen wir schon seit längerer Zeit zusammenarbeiten. Wer uns inspirieren will, ist bei uns natürlich auch gerne empfangen. Nehmen Sie uns beim Wort. Schreiben Sie uns. Informieren Sie uns, was wir alles für Sie tun können. Unser Ziel ist es, die Gemeinsamkeit. Das Teamwork in der Branche auszuleben und zu erleben. Und wenn ich dann nochmal zurückgocke, möchte ich einfach mal sagen, es gibt unheimlich viele schöne Dinge. Eine Portion Licht- und Lebensfreude zu empfangen. Sich in eine Decke einzuwickeln, den duften Kaffee oder den Tee zu genießen. Das ideelle kleine Gebäck dazu. Ein feines Zigarillo oder ein frisch gestopptes Pfeife zu genießen. Genießen. Zelebrieren. Dabei wollen Sie sich wieder begleiten mit neuen Produkten. Und natürlich mit denen, die wir schon lieben. Bleiben Sie es gewogen. Lieben Sie das Leben. Freuen Sie den Genuss. Und bis zur nächsten Ausgabe. Das ist dann schon die Ausgabe 4. Welts Woche in der kommenden Woche. Das ist dann schon die Ausgabe 4.